. 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 So, hab ich dir gesagt, wie Kanye West, hab dir gesagt, das geht nicht. Hab ich gesagt, halt dein Maul, hab ich gesagt. Ja, hast du gesagt. Ja. Und ich muss sagen, du hattest recht. Man braucht kein echtes Stadion. Perfekte Illusion. Ich hab da am Ei das, was Joko da ... Runter? Ja. Bist du verhodelt? Ja. Au. 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 Danke. Du weißt ja, Joko passiert ist im Urlaub, ne? Ja. Das soll uns ne Warnung sein. Komplett verhodelt. Drei, vier Tage mussten wir auseinanderfriemeln, wie ein Kopfhörerkabel. Die im Rucksack war. Hahaha. Hahaha.